Musik Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fotomove Live, meinem kleinen, aber umso feineren Kulturmagazin, wöchentlich im Internet, garniert mit einigen anderen Uploads auf meinem YouTube-Kanal www.fotomove.de. Es freut mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid und treue Zuhörer und Zuseher bleibt. Schon wieder ist einiges unter der Haube passiert. Mir fiel es gestern Abend daran auf, dass ich selber irgendwann im Bett lag und ich habe schon seit zwei Jahren kein normales Fernsehen mehr, muss ich dazu sagen. Da hätte ich es dann vielleicht mitbekommen. Aber irgendwann auf den YouTube-Kanälen das Thema Olympia zur Sprache kam und die Winterspiele und mir tatsächlich überhaupt nicht klar war, dass wir uns mitten in den Olympischen Winterspielen befinden. Ich glaube, ich bin froh, wenn das hier so läuft, dass ich nicht mehr ganz so viel dran schrauben muss. Dann bekomme ich solche Weltereignisse auch einfach mal ein bisschen besser mit. Bevor ich sage, was auf dem Plan für heute steht, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben über den Fotowettbewerb zu Shoot, Shoot, Shoot gesprochen. Und bevor ich es vergesse, weil ich hätte es tatsächlich vergessen, wenn ich nicht im Vorchat bei Facebook darauf hingewiesen worden wäre, am Sonntag um 14 Uhr ist die Preisverleihung der für die Gewinner, aber eben auch für alle anderen, die schauen wollen, im Schloss Oberhausen in der Ludwig-Galerie. Da werde ich sein, da werden die anderen Juroren sein. Wir werden alle irgendwie ein paar Worte sprechen. Und ich freue mich da sehr drauf, weil ich mich eben auch darauf freue, die Gewinner persönlich kennenzulernen, in der Hoffnung, dass die auch anwesend sein werden. Nicht nur die Gewinner hängen an der Wand, sondern auch noch eine Auswahl von anderen Fotos lohnt sich sehr. Leider haben schlicht nicht alle hingepasst. Die anderen wird man aber auch zu sehen bekommen. Also jeder, der teilgenommen hat, aber auch die, die nicht teilgenommen haben, weil ich finde, solche Veranstaltungen sollten viel mehr besucht werden, sollten sich doch am Sonntag aufmachen in die Galerie Ludwig im Schloss Oberhausen und dort die Preisverleihung schauen. Jetzt aber zum Plan für heute. Straffer Plan. Trotzdem habe ich ja vor, etwas schneller zu werden. Das ist ja die, tatsächlich, es gibt ja viele Leute, die sagen, mach nicht ganz so lange und ich habe es auf dem Schirm. In dem Spagat zwischen, ich will es auch nicht zu kurz machen, aber ich gebe ein bisschen mehr Gas. So, heute gibt es Bildkritik. Und wie ich finde, eine sehr ausgezeichnete Bildkritik. Da nehme ich schon mal ein bisschen vorweg, was ich denn von den entsprechenden Fotos halte, die ich da gleich zeigen werde. Und dann gibt es natürlich News. Eigentlich keine News, ist mehr auch so ein Web-Tipp, aber nennen wir es mal News. Dann gibt es eine schnelle Runde Lazy Lightroom, das Format, das ich ja jetzt auch in der Woche sende, um das Format mal ein bisschen bekannt zu machen. Und zum Schluss stelle ich euch noch einen YouTuber der Woche vor. Jetzt aber zum ersten Hauptprogramm-Punkt. Die Bildkritik. Und heute, ich habe es ja gerade schon angedeutet, mit Fotos, die ich, ja, auch wenn man es ja nicht tun soll, an dieser Stelle vorweg loben, aber die mir ganz besonders gut gefallen und die mir auch besonders am Herzen liegen. Es sind Fotos von Maren Krause. Maren ist keine Profi-Fotografin, sondern, ja, und Amateurin finde ich da ein dummes Wort, sondern macht das nebenberuflich, so würde ich es fast sagen. Und hat mir erlaubt, in ihrem Account Bilder einfach auszusuchen. So kann man es natürlich auch machen, was ich auch sehr schön finde. Falls ihr mir Bilder schicken wollt, was ihr tatsächlich tun solltet, könnt ihr mir auch Links zu Fotoseiten schicken, auf denen ihr Bilder veröffentlicht. Und wenn ihr mir traut, was ihr durchaus könnt, wer könnte diesem Mann schon nicht vertrauen, dann eben auch überlassen, dort ein paar Bilder herauszusuchen, weil ich dann schon auch ein bisschen schauen kann, wie es passt auch hier für die Show und dann nicht so sehr unterschiedliche Bilder heraussuchen. Aber, wie gesagt, Maren hat das erlaubt und wie auch die letzten Male, und das finde ich in dem Fall auch besonders schön, möchte ich jetzt erstmal mit euch ganz in Ruhe, mit ein bisschen Musik, lehnt euch entspannt zurück, schnallt euch an, die Läden in Liegeposition, einen kleinen Blick auf Marens Fotos werfen. Musik 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 So, ich hoffe schon mal im Voraus, Musik 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 und ich schalte gleich mal auf den Bearbeitungsschirm um. Da haben wir jetzt die Bilder, die wir eben in der Diashow gesehen haben. Und wenn ich vielleicht da was Ungewöhnliches tue, mal direkt so einen Überblick mache. Ich kann die mal etwas vergrößern. So, dann sehen wir schon auch in ihrer Auswahl, sagen wir mal, eine hohe Ähnlichkeit oder eine geringe Varianz in der Stimmung, die die Bilder angeht. Die haben alle was Melancholisches, was Ruhiges, sind, ja, jetzt Landschaftsaufnahme zu sagen, wäre ja eigentlich falsch, es sind Details, es sind Blicke. Es sind Blickwinkel, es sind besondere Momente, die sie da halt einfängt, in denen sie halt ihre Kamera eben auch parat haben. Es sind nicht nur, ja, wie soll ich sagen, also nicht jetzt unbedingt die Partymomente, sondern es sind die, die vielleicht die Momente, wo man so bei sich ist, in denen man sich so seine Gedanken macht, in denen man etwas entdeckt hat, in denen etwas in der Luft liegt, dass man in dem Moment dann einfach einfangen muss. Und was das jeweils ist, verraten da eventuell so ein bisschen die Titel, sie gibt den Bildern auch Titel, aber ich glaube, da ist viel einfach dem Betrachter selbst überlassen, quasi herauszubekommen, worum es ihr denn da in der Hauptsache geht. Ich gehe einmal die Bilder so weit durch. Das ist diese wunderbare Bank am See und ich glaube, das ist auch der Titel. Ja, Bank am See ist tatsächlich auch der Titel. Sie hat, wie wir auch bei den anderen Bildern sehen, in der Landschafts- und Detailfotografie auch schon immer mal wieder so einen Hang zu Symmetrie. Und es sind auch, ich glaube, vier der Aufnahmen sind auch ins Quadrat gefasst, was ich sehr, sehr mutig insofern finde, weil ich weiß, sie fotografiert, wie ich ja jetzt, glaube ich, schon stark durchscheinen lasse, sehr gut, aber tatsächlich nicht sehr viel. Also sie bringt es dann schon immer auf den Punkt, was sie da tut. Und auch ein großartiges Bild, auf das man, klingt jetzt vielleicht etwas blöd, aber auf das man erstmal kommen muss, eine einfache Tür. Ich mag dieses Bild, glaube ich, sehr, weil es auch, es hat so fast ein bisschen was Unheimliches. Es erinnert natürlich auch an, wer so moderne Spiele spielt, auch ein bisschen an Spiele-Situationen. Aber es stellt sich definitiv die Frage, in dieser düsteren Atmosphäre, ja, was auch immer für eine Atmosphäre, man fragt sich verdammt nochmal, was ist hinter dieser Türe? So, was da in Wirklichkeit ist, ist dann uninteressant. Vielleicht ist da eine Küche, ein Schlafzimmer, was auch immer. Aber man fragt sich, was ist da hinter dieser Türe? So aus der Blickposition, man steht quasi. Trotzdem natürlich wieder diese Symmetrie, auch das Licht, das von oben so einen relativ leichten, gelblichen Schimmerjahr ins Bild wirft. Auch das hier, ich weiß bei diesem Bild quasi zufällig, weil sie es mal verraten hat, wo es ist, aber ich lasse das mal weg. Es ist so eine völlig irre Situation. Was kann es sein? Schule, da wird aber der Stuhl nicht passen. Ist irgendwas Herrschaftliches, so was Behördliches hat der Stuhl. Da könnte eben auch der Richter sitzen. Hint, hint. Da sitzt aber in dem Fall nicht der Richter. Aber eben auch hinten dieses Waschbecken mit den Fliesen. Da ist eine unheimliche Spannung in diesem Bild, auch durch die unterschiedlichen Dinge, die wir da sehen. Dieser Stuhl sieht teuer aus, aber ist auch schon ganz abgeranzt. Und der Schreibtisch und dann dieser, es kann auch Gefängnis sein. Denn hinten sieht auch wie so eine Gefängniswaschecke aus. Und diese klassische Behördentüre, von der man sich auch fragt, ob die abgeschlossen ist oder überhaupt noch aufgeht. Also auch da wieder unheimlich viel Geschichte mit im Bild. Das reißt, das habe ich gerade so selber in der Betrachtung gedacht, aus dem Ganzen so etwas raus. Das ist der Whismans Wood im Dartmoor. Und wer mich schon ein bisschen länger kennt, ahnt dann auch schon, Okay, Dartmoor, da habe ich ja nun auch ein Draht hin. Also natürlich gibt es auch ein Draht zu der Fotografin, der den meisten ja auch bekannt sein dürfte. Ihr könnt ja mal raten. Und ja, sehr, sehr schöne Situation, wenn man da sitzt. Gar nicht so kapriziös, gar nicht so auf irgendeinen besonderen Bildteil losgegangen, sondern auch einfach ihren Blick, ihren persönlichen Blick da in den Fokus genommen. Hier quasi als zusätzlicher Knüller noch, diese Spiegelung. Und ich bin mir sicher, an dieser Stelle gehen täglich hunderte von Menschen vorbei. Und das Gesicht, das ihr da seht, das ist das Gesicht von Adele. Das Bild hat auch den Titel Hello, finde ich da sehr passend. Und das muss man erst mal sehen. So, man muss das erst mal auf dem Schirm haben, dass Adele einem da in dieser Spiegelung tatsächlich entgegenschaut. Und sie nimmt das auch nicht, und das ist, glaube ich, das Schöne, sie nimmt das ja auch nicht so frontal in den Fokus. Oh, guck mal, da spiegelt sich Adele, da mache ich jetzt mal ein großes Foto von. Sondern eigentlich ist es so, als würde Adele recht so neben der Säule stehen, wie so eine Geisterscheinung, und uns eben anschauen. Und dieses Tor, durch das man da gehen kann, hat ja auch schon wieder so ein bisschen was Wege, Unheimliches. Erinnert mich schon wieder an die Türe aus dem Bild, das wir uns eben angeschaut haben. Das, ich muss es gestehen, ich habe es hier an der Wand hängen. Ich habe es hier an der Wand hängen. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsfotos. Nicht nur, was Fotos von ihr angeht, sondern auch wirklich ganz generell. Es ist abstrakt auf den ersten Blick. Diese ganz gleichmäßige Aufteilung, dieser verschwommene Horizont, Wasser und Himmel. Und eigentlich, wenn man erklären würde, wie das Bild aussieht, würde man sagen, ja, ist ja langweilig. Man hat da Himmel, einen Strich und Wasser. Aber es hat so eine unglaubliche, in sich hineinziehende Tiefe. Und das Schöne ist, dieses Bild, das gehe ich tatsächlich auch mal näher ran. Da sollte man auch nur, sollte man auch näher einstellen. Das hat tatsächlich hier noch ganz viele, ich suche mal einen schönen Teil raus, auch Details. Jetzt ist die Auflösung dieses Scans, den ich hier zur Verfügung habe, nicht so gut. Aber da sieht man im Original halt auch wirklich die Wellenkämme. Also es ist gar nicht so rein abstrakt, wie wir vielleicht im ersten Moment denken, sondern wir sehen halt tatsächlich, dass Meer auch in seiner, ja, Rauheit und Unendlichkeit im Wechselspiel mit dem Himmel eben auch sehr, sehr deutlich. Das letzte Bild aus der Reihe ist natürlich auch wieder ein Bild aus der Reihe super gesehen. Dieser Galaxy Aussichtspunkt, Fernrohr, Öschi, sonst kriege ich den Satz nicht mehr zu Ende. Dieser Galaxy Öschi, das Bild heißt natürlich auch Galaxy, ist da wunderbar nach oben gerichtet. Und ganz witzig, ich glaube, und das ist auch, auch macht das Bild besonders interessant, in die Gegendiagonale des Aufstiegs. Also dieses Bild steigt auf jeden Fall auf. Wir starten mit der Galaxy-Rakete nach oben, obwohl wir eine absteigende Diagonale haben. Und das erzeugt in uns so eine Spannung. Also, richtig ist jetzt das falsche Wort, aber eine aufsteigende Diagonale würde halt von links nach rechts oben gehen und man hätte das Galaxy ja vielleicht auch umdrehen können. Aber das wäre es nicht. Wir müssen da, wir sind hinter diesem Galaxy gefangen. Wir können da nicht direkt aus dem Bild nach oben rechts rausfliegen, sondern wir brauchen ein bisschen die Spannung. Und ich finde, es ist so die Spannung vor dem Abheben. Und ja, ich weiß, es ist keine Rakete, sondern ein Fernrohr. Aber es sieht natürlich aus wie so eine Rakete oder ein Space Shuttle. Also, da muss ich sagen, bin ich eben auch durch diesen Trick sehr begeistert von uns. Sie hat es eben auch geschafft, alles andere aus dem Bild zu eliminieren. Viele Fotografen sind ja extrem faul und gehen nicht mal in die Hocke. Und da hat sie, wie man so schön sagt, hat Kniegas gegeben und hat sich da hingehockt. Das erst mal so zur allgemeinen Betrachtung. Jetzt gehen wir so ein bisschen mal in die genauere Betrachtung. Ich kann bei diesen Bildern tatsächlich nichts mehr an Bearbeitungen tun, wie ich das sonst ja gerne tue. A, weil ich sie auch tatsächlich da im Sinne der Fotografin, in Marens Sinne, auch nicht verändern möchte. Aber sie sind auch gut bearbeitet, sodass ich da nichts hinzufügen will. Selbst das macht sie eben. Da haben ja viele Fotografen, gerade, also Fotografen haben ja so eine Scheu vor der Bildbearbeitung. Also das ist für sie immer auch ein wichtiger Bestandteil, eben hier den Beschnitt vorzunehmen und diese Bank. Ich meine, ist das nicht ein Symbol von Einsamkeit, von die Unendlichkeit dahinter, die Welt, vor der wir Angst haben, vielleicht auch Hürden, die wir überqueren möchten, Sehen, durch die wir durchschwimmen möchten, Gebirge auf der anderen Seite, die wir kennenlernen möchten, aber vor lauter Nachdenken brauchen wir erstmal die Bank, um uns auszuruhen. Also eine wunderbare, eine wunderbare kleine Geschichte von Leben und Einsamkeit und man kann eigentlich nur hoffen, dass sich zwei Leute auf die Bank setzen und an der Stelle finden und dann alles gar nicht mehr so schwer nehmen. Das würde ich zu diesem Bild noch sagen wollen. Da kann man jetzt drüber streiten, es ist sehr dunkel, so, das Bild ist sehr dunkel und eben auch greift die Farbe des Lichts auf, also sehr, sehr gelb oder was auch immer diese modernen Farben sind bei modernen Leuchtmitteln. und auch ein bisschen stürzende Linien, das sage ich, weil sie ja sonst auch so eine Begraddichte Fotografin ist, also eine, die alles gerne achsensymmetrisch hat und hier stürzt die Türe schon nach unten so ein bisschen weg, die wird unten dünner für die, die nicht wissen, von was ich rede, aber das ist natürlich auch der Blick und dieses Bild jetzt kühl zu machen und auszugleichen, dann wäre es wieder nur ein Abfotografieren, gerade durch dieses Gefühl, wir stehen wirklich und wir schauen und wir sind in dieser schummrigen Situation, entsteht natürlich auch dieser wahnsinnige Effekt, was ist hinter der Türe, dieser Schussunheimlichkeit, den das Bild letzten Endes hat. Ja, das hat schon was von Sozialstudie, jetzt verrate ich es einfach mal, das ist ein Saal im Gericht, in dem sich die Leute, die sich eigentlich keinen Anwalt aus der eigenen Tasche leisten können, mit ihrem Anwalt, den sie dann zugewiesen bekommen, treffen können und das ist schon verrückt, also dass es solche Räume tatsächlich noch in deutschen Behörden so gibt, ich meine, was will man machen, noch Bilder an die Wand hängen oder, aber das ist schon, es ist schon merkwürdig, da steckt schon auch ein Stück weit politische Aussage drin oder eine Aussage, eine sozialkritische Aussage und das gefällt mir von daher eben auch besonders gut und da ist auch vielleicht gerade gut, dass da keiner sitzt, dann wäre es eben Reportage, es fehlt ja eigentlich zu einer Reportage noch die Person, die sitzt, aber genau so dieser Stuhl als Symbol führt, da darf man sich dann mal ganz kurz herrschaftlich fühlen, obwohl man es in der Umgebung vielleicht auch gar nicht ist, finde ich eben auch ganz gelungen. Das fällt tatsächlich etwas raus und wenn ich mir eine Kritik erlauben möchte, es passt nicht so gut in die Reihe, es ist stimmig, ich habe es eben ja auch so erklärt, aber es ist eben ein ganz anderes Bild, es ist eine reine Naturaufnahme, die auch sehr flauschig und sehr, sehr sphärisch ist, aber es hat nicht ganz die Dichte, erreicht nicht ganz die Dichte wie die anderen Bilder, aber vielleicht eben auch einfach im Vergleich für ein Foto des Whistmans Wood finde ich es dann wiederum sehr gelungen, aber es steht dann da auch ein bisschen in Zusammenhang, da würde ich jetzt aber gerne eben auch noch ein oder andere Bilder mehr sehen, man könnte das vielleicht aber auch mal in Schwarz-Weiß versuchen, um den Kontrast zu erhöhen und es gibt hier im Mittelfeld so eine sehr spannende Stelle, wo eben auch ganz viel zu sehen ist und ganz viele verwachsene Bäume zu sehen sind, vielleicht könnte man die noch damit etwas mehr betonen, also das will ich zu diesem Bild sagen, das habe ich eben schon relativ ausführlich besprochen, ganz grandios gesehen, also ganz grandios gesehen und dann auch noch der Versuchung widerstanden, das was man gesehen hat ins Zentrum zu rücken, mit dem Titel Hello, wer es nicht weiß, ein Adele-Titel, der natürlich, man läuft da lang und dann kommt Adele und sagt Hello und dann flüchtet man links in den Garten, also wirklich ganz großartig, ganz großartig. So, mein Lieblingsbild will ich auch nicht nochmal besprechen, das gefällt mir eben auch sehr gut und zu Galaxy hatte ich was gesagt, da sieht man natürlich unten rechts sehr deutlich auch die Bearbeitung, da ist irgendwas noch gelb, also ich vermute, dass das nicht echt ist, sondern dass da noch ein bisschen gelb zugemogelt wurde, falls das nicht so ist, dann bitte ich die Maren mich zu schlagen, aber ich würde das annehmen, tut dem Bild aber gut und habe ich jetzt in dem Maße, es ist ja noch kein Effekt oder sowas, auch überhaupt nichts gegen einzuwenden, zumal ich gegen Effekte eigentlich auch überhaupt nichts habe, da bin ich dann auch sehr hart gesotten, wer mir bei Lazy Lightroom zuschaut, weiß ja, dass ich das auch ganz gerne tue. Das war die Bildkritik und ja, ich hoffe, dass, wie soll ich sagen, Maren sich da was mit anfangen kann, sich quasi darüber freut und wir kommen, ich schalte hier gerade just mal um, wir kommen zum nächsten Thema des Abends und zwar zu den Jungs. So und heute eigentlich keine News, sondern eine Art Info, wenn ich so sagen darf, es geht um die Seite Striking und Striking wird tatsächlich ganz anders geschrieben, als ihr euch das jetzt vorstellt, ich blende das unten mal ein, Stricken, man kann sich sprechen, Stricken, 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 ob die Wahl des Namens für dieses großartige Portal so gut war, weiß ich nicht genau, aber vielleicht prägt sie sich genau wegen des bekloppten Namens Soeins. Stricken ist nämlich eine Fotowebseite, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. So, ich schiebe das Fensterchen mal ein wenig höher, damit ihr auch alle schön besser sehen könnt und Striking ist das Fotoportal eines Kölner Webdesigners und Fotografen, sehr netter Kollege, der das vor rund zwei Jahren gegründet hat und der tatsächlich anders als vielleicht in anderen Plattformen üblich ganz großen Wert auf die Qualität der Bilder legt und jetzt ist die Frage, was definiert man als Qualität und ich finde, er macht das ganz richtig, so wie ich es ja hier auch eigentlich tue, er definiert seinen eigenen Geschmack als Maßstab und das tut er jetzt nicht brutal, es ist nicht so, dass man was hochlädt und er sagt, das darf jetzt hier bleiben oder nicht, aber er manifestiert das dadurch, dass er eine Editors Choice in verschiedenen Formen herausgibt, also schlicht Bilder die er besonders gelungen findet, promotet, auch Fotografen anspricht, die er persönlich kennt und schätzt und eben auch auf dieser Plattform veröffentlichen lässt. Die ganze Seite jetzt im Detail zu erklären ist schwierig, aber im Vergleich zur Foto-Community zum Beispiel gibt es viele Beschränkungen und gerade die Beschränkungen führen eben auch wieder zur Qualität, man darf nicht unzählige Bilder hochladen, man darf nicht unzählige Bilder liken oder Fotografen liken, es wird nicht so viel gechattet und hin und her gelobt und Blödsinn geschrieben wie an anderen Plattformen, wo dann so Gruppen von Leuten eh alles immer gut finden, was man macht, sondern es bleibt tatsächlich mit einem gewissen objektiven Abstand und er selber achtet eben darauf, dass das eben in Form bleibt. Das Bild, das ihr da gerade seht, die Webseite, die ich aufgerufen habe, die ihr eben unter stricken.com auch findet, beschäftigt sich schon eher weniger mit Landschaftsfotografie, das ist die Seite, die ich da jetzt ausgesucht habe, sondern hat eben und da möchte ich auch eigentlich mit ihm persönlich vielleicht auch in der Sendung nochmal drüber sprechen, hat einen großen Schwerpunkt auf Porträt- und Aktfotografie und da ist er auch wirklich ganz herausragend. Das ist ja der Bereich, auch in dem ich mich sehr gut auskenne, gerade auch die Aktfotografie, moderne und besondere Aktfotografie, wo wir ein bisschen meine Kehle befeuchten und das ist da tatsächlich Schwerpunkt. Es gibt auch Modelle, die sich präsentieren können und Fotografen, aber wir sind ja hier auf YouTube und ihr wisst, die Nippelpolitik, ich habe schon mal drüber gesprochen, die Nippelpolizei ist auch unterwegs und von daher bin ich da zumindest jetzt in den Anfangstagen noch etwas vorsichtig, deswegen seht ihr jetzt hier eine Landschaftsfotografie-Seite und wenn ich die mal so weit runter scrolle, ich gehe mal auf die große Ansicht, dann seht ihr, glaube ich, schon auch auf den ersten Blick, das ist jetzt die besten Landschaftsfotos, man kann ja schon voten, nur eben nicht so inflationär, die besten Landschaftsfotos der Seite und zu meiner Freude, ich bin ja auch gerne mal ein Angeber, obwohl es schon wirklich lange auch mit dabei ist, ist das im Moment in der Mitte befindliche Bild, Zahmer Kaiser, da immer noch auf Platz 5 der besten Landschaftsfotos, das freut mich sehr, weil tatsächlich sehr, sehr viele herausragend gute Fotografen dabei sind. Was aber die Maren jetzt freuen wird, wenn die sich das anschaut und noch dabei ist. Wir müssen gar nicht weiter runter scrollen und das habe ich gerade erst entdeckt, da auch irgendwo noch auf jeden Fall unter den Top 15 oder vielleicht auch Top 20, aber ganz vorne nicht dabei, das Bild C, das ich ja eben auch so gelobt habe und ich schwöre, ich schwöre, dass das nicht mein Plan war, also nicht so, huh, und dann habe ich hier das in der Bestenliste entdeckt, sondern ich habe es wirklich gerade in der Vorbereitung dadurch Zufall gesehen und gedacht, ist ja irre und da spreche ich gleich drüber und ganz besonders lustig daneben, das Bild Schilf, das ist tatsächlich wieder von mir und wie man sieht, das war lange relativ nah noch beim Zahmen Kaiser, das hat mich jetzt durch C von Maren schon einen Platz im Ranking gekostet. So Ranking-Sachen sind natürlich sehr, sehr lustig und machen natürlich auch ein bisschen Spaß, deswegen, ich sage es auch mal ganz offen, geht doch da hin, schaut euch die Bilder an, wenn ihr mir gewogen seid, dürft ihr natürlich mir gerne auch eine Stimme geben oder meinen Account liken. Meinen Account würde ich euch zeigen, da sind aber tatsächlich zu viele Aktfotos drin, als dass ich den euch jetzt hier heute Abend zeigen könnte, aber schaut euch den an, Striking kommt, da mein Name, Axel Scherer, suchen und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. So, ich blende noch mal kurz die Adresse ein, www, irgendwas, ich glaube einfach Striking, komm, strücken, komm, eingeben und ihr seid tatsächlich dort. So, jetzt, die Zeit ist schon wieder sehr fortgeschritten, ihr habt von mir angekündigte halbe Stunde ist schon sehr deutlich überschritten oder gerade deutlich überschritten worden, deswegen mache ich es ganz kurz, ich möchte euch mein neues Format tatsächlich noch vorstellen, nämlich Lazy Lightroom und dazu muss ich hier mal kurz, ich hoffe, das bringt euch jetzt nicht durcheinander, ich glaube aber nicht, dazu muss ich noch mal kurz den Monitor wechseln und in ein anderes Programm wechseln, so und jetzt zeige ich euch, was ich hier tue, Lazy Lightroom sende ich regelmäßig, unregelmäßig noch mal live an Abenden in der Woche, je nachdem, wie ich Zeit habe und ich suche dort Bilder aus für meinen Instagram Account und dort bei Instagram findet ihr mich unter axel j also axel unterstrich j unterstrich scherer, ich habe es unten eingeblendet, alle Links findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung unter das Video, das morgen hochgeladen wird, also das, was wir schauen, lade ich ja morgen hoch und da könnt ihr bei Instagram gerne gucken, was ich da treibe und ich möchte mit euch gemeinsam in Zukunft halt immer mal wieder Bilder aussuchen, ihr habt dann halt die Chance, euch über mich lustig zu machen, wenn es nicht so gut klappt beziehungsweise euch zu freuen, wenn es gut klappt und deswegen suche ich hier aus einer großen Menge Fotos, die ich so vorgelegt habe, aus, weil ich immer über dieses allererste Bild stolpere, soll tatsächlich dieses erste Bild dieses Mal auch meine Auswahl sein, so ein bisschen auch, weil nicht ganz so viel daran zu tun ist, es ist auch schon aus einer etwas älteren Reihe und wir sehen halt wieder ein Detail, damit habe ich letzte Woche angefangen, mehr Details hochzuladen, das ist, wenn die Maustaste so sensibel ist, dann rutscht da schon mal was weg und ich glaube, dieses Bild braucht tatsächlich nicht ganz so viel Bearbeitung, es ist mir nur zu flau und die Farbigkeit, der Kontrast und die Farbigkeit sind mir da ein bisschen zu wenig, vielleicht kann man an den rosa Lippen noch was machen, im Normalfall würde ich sagen, gut, hier vorne, die Hand ist jetzt sehr massiv, aber bei einem Detail kann man sich dann auch einfach mal wundern, was es ist, ich probiere mal ein bisschen was abzuschneiden, ich glaube, aber das muss nicht unbedingt sein, da können wir ein bisschen, dass wir noch Handgelenk sehen, ja, lassen wir es mal so, lassen wir es mal so, und ja, wie angekündigt, in den Grundeinstellungen halt erstmal ein bisschen mehr Kontrast rein, ich glaube, das bringt das Bild schon deutlich weiter nach vorne, so, und ich würde, wir können das hier auch in der Lupe nochmal sehen, ein bisschen mehr Dynamik mit hineinbringen, das ist eine Form der Sättigung, die speziell auch bei starker Bearbeitung nicht so sehr die großen Farbflächen ineinander laufen lässt, und ja, bin ich jetzt so schnell wirklich fertig, ich meine, ich wollte mich ja beeilen, aber ich gucke mal, ob wir den Mund noch markiert kriegen, und man da ein klein wenig noch den Mund betonen kann, ich habe den jetzt anmarkiert mit dem Pinseltool und würde da noch ein bisschen etwas dunkler machen, ein klein bisschen schwarz rein und die Sättigung vielleicht da auch nochmal etwas erhöhen, so, nochmal im Vergleich, sehr schön, und wenn wir nochmal ins gesamte Bild gehen, probiere ich nochmal wie immer die Klarheit zu ändern, so brutal muss es aber nicht sein, zu fluffig darf es aber auch nicht sein, weil es ja eh schon so einen fluffigen Inhalt hat, letzten Endes, also so einen weichen, zärtlichen Inhalt, das müssen wir nicht weiter kaputt machen, so, ich gucke aber, ich war damit noch nicht ganz eben, gucke nochmal, wie es aussieht, ne, der Beschnitt war schon gut, der Beschnitt war schon gut, so dass man gerade hier das Handgelenk noch sieht, passt auch besser bei Instagram, das wäre meine Instagram-Auswahl für heute, normalerweise mache ich das einfach ein bisschen länger, um auch zu zeigen, was man noch so machen kann, ich glaube, viele von euch wissen, das ist jetzt kein, wie sagt man so schön, kein Vorwurf, wissen gar nicht so genau, was man mit Lightroom beziehungsweise Bildbearbeitung noch herausholen kann und das ist manchmal, wie ich finde, etwas schade und gestern hat ein guter Freund, der mich besucht hat, noch gesagt, ist ja auch ein bisschen entzaubernd, ich habe doch gar nicht gedacht, dass du so viel an den Bildern tun würdest, doch, das tun aber nicht nur ich, sondern das tun auch 99% der anderen Fotografen, gerade der Profis, weil man muss Bilder immer noch veredeln, wie gesagt, früher im Labor, heute am Computer, also, schau dir mal im Instagram-Account nach, axel-j-scherer, da findet da findet ihr mich und wenn ihr wollt, edit mich bitte und gebt mir natürlich viele schöne Herzchen. So, jetzt sind wir schon beim letzten Punkt angelangt und jetzt kommt ein Zungenbrecher, ich will euch nämlich einen YouTube, mein Gott, einen YouTube-Kanal empfehlen. Und da blende ich den Namen tatsächlich ein, das ist Katna Pierska, jetzt fängt schon an, ja, Pierska, Katna Pierska und ich hatte es vorher tatsächlich geübt und ich finde das ist was, was einem irgendwie nur im Internet und bei YouTube begegnen kann, ist eine junge Dame und die ist, ich würde sagen, die ist Filmemacherin, ja, und die ist auch irgendwie so alles in einer Person, Hauptdarstellerin, Regisseurin, Modell, Kamerafrau und das macht erstmal misstrauisch und ja, auch zu Recht und es gibt auch noch einen kleinen Twist, aber man muss nicht misstrauisch sein, denn sie hat mehrere Filme jetzt auch wirklich produziert zu Themen, zu ernsthaften Themen, wie Depression, wie Angststörungen und ich finde es sehr sensibel und unglaublich gut gedreht und so bin ich nämlich erst vorgestern auf die Dame gestoßen und habe mir da einen der Filme angeguckt und habe gedacht, das muss eine professionelle Produktion sein, das ist so gut gemacht, es muss nicht jedem gefallen, es sind aber so schöne Bilder, so schöne Musik, so gut geschnitten und auch so herzlich, also so von Herzen sich auch diesen schwierigen Themen widmend und aus einer jungen Perspektive eben, dass ich das ganz toll fand, ich fand das ganz toll, ich habe direkt auf Abonnieren geklickt und gedacht, von der will ich mal mehr sehen und dann, jetzt kommt der Twist, was wirklich auch ein bisschen verrückt ist, sie ist mit Sicherheit auch eine junge Feministin, das sagt sie auch an verschiedenen Stellen, aber sie ist und auch das darf man so sagen an dem Fall, an dem Punkt auch echt verdammt sexy und macht und lässt sich sponsern durch eine Firma für Unterwäsche, eine polnische Unterwäsche Firma und dreht für die auch total sexy Werbevideos, die man dann da auch sehen kann und das ist glaube ich so eine, das Thema, ihr merkt, das kommt ja immer mal wieder bei mir so hoch und ich muss irgendwann mal eine ausführliche Sendung dazu machen oder was drehen, was ist, wie ist das so mit Emanzipation, mit Sexiness, mit Body Shaming und das ist ja so ein Thema, ja klar, wo eben gerade jüngere Frauen eben auch sehr drüber reden, die auch vereinen, die sagen, ja wir sind eben sexy und sind auch gerne sexy und trotzdem, hast du die Finger von mir zu lassen und trotzdem gibt es noch einen Unterschied zwischen Sexismus, wo es aber auch Reibereien gibt mit, mit, auch mit, mit, mit anderen, äh, gerade vielleicht älteren Feministinnen, die da noch einen anderen Ansatz haben und als Mann muss man eh die Fresse halten und ich mache dann auch noch Aktfotos und meistens eben auch noch von jüngeren Frauen und dann gibt es nachher einen riesen Ärger, aber ich glaube, da gibt es gar nicht so viel Ärger, es gibt einfach anständige und unanständige Menschen und ich zähle mich mal ganz selbstverliebt zu den anständigen Menschen und ich glaube, dann ist die Frage, klärt sich dann zumindest schon mal schneller. Ja, jetzt merke ich, habe ich mich schon richtig in Rage geredet. Ja, ein Thema, das mich echt sehr beschäftigt und da fällt sie halt genau an so eine Schnittstelle, die halt auch wirklich schwer zu vermitteln ist. Sexy Frau, die Unterwäschengedöns macht und das auch wirklich, wow, das ist wirklich erotisch und dann aber diese tollen selbstbewussten Themen eben auch in tollem Stil filmt. mir war selber gar nicht klar, dass die mich so begeistert, aber die begeistert mich wirklich. Ich kenne die Dame nicht, es bringt mir jetzt auch nichts, irgendwelche Likes oder Links von ihr, wenn ihr auf die Seite geht. Schade eigentlich, hätte ich ganz gerne, vielleicht kann ich ja gleich mal eine Nachricht tippen, dass ich auf sie hingewiesen habe, aber ich glaube nicht, dass sie bei ihren Fan-Dings meine Nachricht da durchkommt. Also, schaut sie euch an, das war der Web-Tipp der Woche und damit sind wir, na, 30 Minuten habe ich nicht geschafft, mir jetzt hier bei 42 Minuten Sendezeit dann am Ende angelangt. Denkt noch mal dran, Sonntag, 14 Uhr in der Galerie Ludwig im Schloss Oberhausen, die Preisverleihung zum Fotowettbewerb Shoot, Shoot, Shoot. Guck mal, habe ich noch irgendwas vergessen? Kommende Folge, genau, nächsten Freitag, sagen wir mal, erst wieder, am 2.3., wieder um 20 Uhr und über den Sendetermin reden wir noch mal in Ruhe. Bitte schreibt mir auch noch mal, alle sagen nämlich was anderes, auch gleich bei Facebook vielleicht, wann soll ich vielleicht besser senden? Ist Freitag okay? Ist es ein Kompromiss? Sollte es lieber wechselnd an anderen Tagen sein? Ich kann natürlich mal Montag diese Woche mal durchwechseln. Sagt mir, wie es euch passt. Ich bin da relativ flexibel. Vergesst tatsächlich nicht alles zu liken, Daumen hoch und abonnieren, was euch irgendwie vor die Füße fällt. Es hilft, es hilft, es hilft, es hilft mir sehr. Jetzt gehe ich nach einer kleinen Pause in den Afterchat, starte den quasi im Anschluss dann wieder bei Facebook, weil das da im Moment einfach auch noch mal ein bisschen mehr Publikum hat und schaut euch da auch mal meinen neuen Foto-Move Facebook-Kanal an und bitte markiert da auch gefällt mir. Dann werde ich auch nächste Woche noch mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen und dann können wir nämlich da auch vieles machen in Zukunft und jetzt habe ich endlich ausgequasselt. Jetzt seid ihr mich erst mal los. Bis zur nächsten Folge Lazy Lightroom nächste Woche. Wie immer haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.